Anschnallen, ihr Lieben! Wir gehen jetzt in eine der heißesten Phasen des Jahres. Diesmal sind es nicht nur die Sterne, die für Anspannung sorgen, sondern auch, was politisch los ist. Es ist einfach zu dumm, dass ausgerechnet jetzt ein kosmisches Duell tobt, kurz vor der Schicksalswahl in den USA, die für die Welt von so großer Bedeutung ist. Wie sich das in unserem Leben zeigt und wo uns der Kosmos auch etwas Gutes tut, darum geht es in diesem Beitrag. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zum Ausblick auf die Woche vom 4. bis zum 10. November 2024. Es wird eine Woche sein, in der sich das Schicksal der Welt verändern kann, denn diese Woche werden wir erfahren, wer die Präsidentschaftswahlen in den USA für sich entscheiden kann. Was da auf der anderen Seite des Atlantiks passiert, wird langfristig große Konsequenzen für die ganze Welt haben. Passenderweise beginnt die Woche gleich mit einem ganz wichtigen Planetenwechsel. Kampfplanet Mars wird nämlich aus dem Krebs in den Löwen wandern. Das werden wir deutlich spüren, denn im Krebs, davon habe ich ja schon öfter gesprochen, ist der Mars geschwächt und hat mit Emotionen und Manipulationen zu tun, was er eigentlich gar nicht so mag. Im Feuerzeichen Löwe kann er sich dagegen gut entfalten. Hier darf er wieder wie ein Held kämpfen und jetzt kommt es darauf an, wem es gelingt, diesen Mars vor den eigenen Karren zu spannen. Interessanterweise haben ja beide Kontrahenten der US-Wahl im Geburtshoroskop den Mars im Löwen stehen, also sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris. Die kriegen jetzt beide nochmal einen letzten Boost ihrer Kräfte, bevor es zur Wahl geht. Für uns, normale Menschen, hat der neue Mars-Transit natürlich auch seine Wirkung. Mars im Löwen, da geht es um Stolz und Würde und unser innerer Krieger ist bereit, dafür zu kämpfen. Außerdem kurbelt er unsere Lust an der Erotik und der körperlichen Bewegung an. Da kommt jetzt wieder mehr Action und Leidenschaft in unsere Liebesbeziehungen und Herzensprojekte. Aber es gibt ein großes Aber. Stellt euch schon mal darauf ein, dass der Mars im Löwen nicht weit kommt, denn er wird im Dezember rückläufig. Das heißt, von den Marskräften profitieren erstmal vor allem diejenigen, die Horoskoppositionen auf 0 bis 6 Grad im Löwen, Schützen und Widder haben und in zweiter Instanz auch die Zwillinge, Wagen und Wassermänner. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann kommt zu mir in die Community. Da gehen wir auch auf solche Einzelheiten ein. Allerdings steht der Kampfplanet erstmal weiterhin in einer kosmischen Spannung mit Pluto, die erst ab Mitte der Woche wieder abklingt. Deshalb ist damit zu rechnen, dass es rund um die US-Wahl zu politischen Unruhen kommen kann. Wahrscheinlich wird eine oder beide Parteien mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein und man wird sich gegenseitig vorwerfen, betrogen zu haben. Es werden Schuldzuweisungen gemacht und das Ganze wird vermutlich recht aggressiv ausfallen. Und weil Pluto auch der Planet der Massen ist, steht zu befürchten, dass dieser Konflikt auf die Bürger überspringt. Aber die Mars-Pluto-Spannung kann auch noch an anderen Stellen der Welt für Unruhe und Machtkämpfe sorgen. Wenn euch das näher interessiert und vielleicht auch welche Auswirkungen das Ganze auf die Märkte und die Börse haben kann, dann empfehle ich euch den kostenlosen Finanz-Newsletter von meinem lieben Mann Ray Merriman. Der ist Wirtschaftsastrologe in den USA und natürlich ganz eng dran am Geschehen. Der Newsletter wird auch auf Deutsch übersetzt und ich verlinke euch unten Rays Englische und Schweizer Homepage in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Einige von euch werden die Mars-Pluto-Spannung wahrscheinlich auch im Privatleben spüren. Deshalb wäre mein Rat, versucht euch aus Machtspielchen herauszuhalten. Wenn der Druck steigt, nutzt die 90-Sekunden-Regel, um die Ruhe zu bewahren. Mehr Infos dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Für die Liebe kann sich das so auswirken, dass man sich in einer Affäre mit jemandem verstrickt, den man irrsinnig faszinierend findet, der aber möglicherweise toxisch ist. Also gerade wenn ihr jetzt was Neues anfangt, seid auf der Hut, wenn jemand versucht, euch unter Druck zu setzen. Dann haltet lieber Abstand zu der Person, egal wie sexy sie sein mag. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass die Skorpionkraft sehr sinnlich und faszinierend ist. Und wir befinden uns ja immer noch in der mystischen Skorpionsaison. Und dann auch noch der Mars im Löwen, das kann schon die Lust steigern. Aber jetzt gilt es, auf das eigene Herz aufzupassen und nicht einfach nur der Leidenschaft zu folgen. Das klingt alles so moralisch oder spießig, aber ihr könnt mir glauben, dass es euch schützen kann. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Warum? Denkt an die 90-Tage-Regel. Wenn euch jemand wirklich fasziniert, dann nehmt euch drei Monate Zeit, euch die Sache erstmal anzuschauen. Am besten sogar, bevor man mit der Person intim wird. Wenn ihr den Betreffenden dann näher kennengelernt und Vertrauen aufgebaut habt und wenn dann die Leidenschaft immer noch da ist, könnt ihr sie noch viel mehr genießen und dann vielleicht auch eine verlässliche Beziehung aufbauen. Für unsere festen Beziehungen ist die kosmische Anspannung auch nicht ganz ohne. Jedenfalls dann, wenn es irgendwo im Beziehungsgebälk knirscht. Dann könnte etwas hervorbrechen, was zuvor unter den Teppich gekehrt wurde. Gerade jetzt, wenn Mars im feurigen Löwen steht und gleichzeitig der kosmische Sprecher Merkur im Gerechtigkeitsliebenden schützen. Dann will man nicht länger die Klappe halten, sondern zu seinem Recht kommen. Aber das kann eben auch zu einem unangenehmen Streit führen. Da müsst ihr dann gegebenenfalls darauf gefasst sein. Auch in solchen Situationen kann die 90-Sekunden-Regel gut helfen. Vielleicht erlebt ihr auch einfach eine besonders starke Arbeitsbelastung oder habt ein finanzielles Problem und seid deshalb angespannt. Es könnte eine gute Idee sein, Partner oder Familie ganz lieb um Hilfe zu bitten, anstatt zu versuchen, ein Problem verbissen mit euch selbst auszumachen. In dieser Woche hilft uns weiterhin das starke Bündnis zwischen Sonne und Saturn. Das unterstützt alle loyalen und verlässlichen Beziehungen, und zwar sowohl romantische als auch geschäftliche. Aber es schadet auch nichts, wenn ihr etwas dafür tut, um eure Beziehung zu stärken und euch Zeit zu zweit nehmt. Erledigt doch einfach mal Alltagstätigkeiten wie Einkaufen und Kochen oder mit dem Hund gehen gemeinsam und unterhaltet euch dabei. Das bringt schon ganz viel. Auch gute Geschäftsbeziehungen oder berufliche Teams können von dieser Konstellation profitieren. Besonders günstig stehen die Sterne für euch, wenn ihr die Sonne, den Mond oder den Aszendenten oder auch andere Planeten in den Zeichen Krebs, Skorpion oder Fische habt. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das wüsste ich jetzt aber gerne mal, dann habe ich hier einen Tipp für euch. Besucht mich auf Instagram und kommentiert Horoskop. Dann erhaltet ihr einen schnellen Überblick mit den Planeten und sensitiven Punkten eures Horoskops. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt diese Woche, den ich hier ansprechen muss. Und der betrifft Venus. Die Liebesgöttin wird nämlich in eine Spannung zu Neptun gehen und dann kommt es zu Illusionen und Fehleinschätzungen. Und die können sowohl Finanzen betreffen als auch Entscheidungen bezüglich der Liebe und der Beziehung. Das ist also auch ein Grund, auf die 90-Tage-Regel zu setzen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Von finanziellen Risiken würde ich euch in dieser Woche auch abraten. Vor allem in der zweiten Wochenhälfte. Es ist dann schwer, eine Sache richtig einzuschätzen. Das Gemeine ist, dass es sehr verlockend klingen kann. Oder vielleicht gibt uns jemand einen ganz tollen Finanztipp, aber ihr solltet nichts machen, wenn ihr nicht selbst durchblickt und euch dabei sicher seid. Auch Fehlkäufe sind unter diesem Aspekt möglich und man hält eine Sache einfach für schöner oder wertvoller, als sie wirklich ist. Am besten abwarten bis nächste Woche. Dann geht die Venus in den Steinbock und man sieht vieles in einem realistischeren Licht. Diese Woche ist es besser, sich nicht auf etwas festzulegen, sondern sich alles erstmal in Ruhe anzuschauen. Immerhin haben wir am Samstag schöne Konstellationen, um auszugehen und nette Leute zu treffen. Dann verbinden sich nämlich Wohlfühlplanet Mond und Glücksplanet Jupiter und das in den sozialen Zeichen Wassermann und Zwillinge. Sonntag ist dann eher ein Tag, um zu Hause zu kuscheln, wenn der Mond in die Fische geht. Das waren die Tendenzen in der 45. Kalenderwoche. Mehr darüber, wie sich die Konstellationen für euer Sternzeichen auswirken, erfahrt ihr im großen Monatshoroskop für den November. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder, dann vielleicht schon in einer neuen Welt. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.